Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Osten genommen und stößt auf Nördlichdorf vor. Der Feind operiert jetzt am südlichen Stadtrand zwischen Ostenau und Nördlich und im Osten ist der Feind bis zur Linie Südenberg-Ostensdorf-Nördlich-Ost gelandet. Mit dem Angriff Steiners saß mit meinem Koch steif. MAM! 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 Mein Führer... Steiner! Die Angriff Steiner ist erfolgt. Nicht gesunken. Really? Es bleibt nicht mehr Raum. Keiter. 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 Butter. Crepes. Und Butter. Das war ein Befehl. Der Angriff Steigers, das war ein Befehl. Wer schickt sie? Das sind mein Baden. Meint euch das einfach, Geld? Der Militär hat ein Befehl. Jeder hat mit Verlohn sogar die SSS. Die gesamte Generalität ist nichts von Deutschland. Haufen nie nach der richtigen Zeit. Unser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten Soldaten Soldat 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 Da-da-da-da-da-da! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Irani! Und doch habe ich alle auf mich gestellt, ganz oben herabubert! Verräter! Von allem an, von an, bin ich so vernahten und betragen und betragen und vertragen worden! Es ist wohl ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Fahrer werden zahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ja! Ja! Die Fels sind in den Wind gesprochen! Es ist möglich, unter diesen Umständen zu führen! Also, es ist aus! Der Krieg ist Lola! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei dem Wasser saße, irren Sie sich gewaltig! Eher jag' ich mir eine Kugel durch den Kock! Der Krieg ist sol z maß! jetiflung Azul aus